Frage. Ist ein Künstler, also nur ein halber Mensch, O? Bühne. Helden. Jubel. K. O. M. I. K. Komik. Sag mal, in welchem Stück würdest du gerne mal nackt auf der Bühne stehen? In allen. Das ist Theater. Hast du keine Angst davor, ab 40 keine Rollen mehr zu bekommen? Und wenn ich bis 40 ganz viele Rollen kriege? Leben oder sterben? Sind das die Optionen? Künstler sein oder gar nicht sein?